Ich lade euch im Namen aller Kirchengemeinden ganz herzlich zu unseren Weihnachtsgottesdiensten ein. Tut euch was Gutes, gönnt euch etwas, lasst euch ermutigen, schöpft Kraft, taucht ein in den Zauber von Weihnachten. Und ihr könnt euch sicher fühlen bei Open Air und Indoor, bei 2G und 3G und der allgemeinen Maskenpflicht. Und das Wichtigste, fröhliche Weihnacht!